Die Gabel, her damit, die Plastik-Gabel. Diese wertvolle Plastik-Gabel. Alter. Was? Wo ist der denn? Wo ist wer? Siedler? Ach, Holotaps kann jeder mitnehmen. Verkäufer. Der hat aber nix. Ach, sie sind auch alle hier. Das ist ja schön. Ich bin sehr angetan. Oh nein, hier steckt einer in der Mülltonne. Davon bin ich sehr angetan. Ein Küchen-Terminal, Alter. Wow. Wow. Wer schreit denn da so rum? Weiß ich nicht. Sollte das der Typ hier im Kühlschrank sein? Das ist einfach... Ich höre es gar nicht. Nee, ist aber nicht mehr. Ich habe es gerade auch noch gehört. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Salz nehmen, Pfeffer nehmen. Das war ein Tape, was man aufgesammelt hat. Ah, okay. Der hat auch irgendwas von einem Baumstrumpf jetzt erzählt, wo seine Sachen drin sind. Aber ich glaube, das ist der, wo wir schon gerade waren. Kann möglich sein, ja. Die Gabel, her damit, die Plastik-Gabel. Diese wertvolle Plastik-Gabel. Hier wäre jetzt so eine Quest, wo wir Mr. Farmhand kennen müssen. Ähm, ja genau. Die Aufseher. Töte Mr. Farmhand, Aufseher 0 von 3. Ja, wir haben hier noch. Registriere die als freiwilliger erster Kontakt und sonstiges. Und sammle die abgeworfene Vorräte ein. Habe ich immer noch. Ja, meine Quests gehen auch irgendwie nicht weg, die ich erledigt habe. Ah, okay, okay. Ihr seid jetzt schon am Schießen da oben? Ist das richtig? Ja, der Pascal ist da. Die Frage ist, brauche ich Unterstützung, Meters? Meters! Also, ich habe hier auch noch was. Ich komme zu spät. Du hast da auch noch was in der City? Ja. Also hier in der Hütte quasi. Ich glaube, ich hatte da nämlich auch noch was. Ich habe mich eben so verstohlen umgeblickt. Ja, das habe ich auch. Das muss ich auch noch. Das habe ich sogar schon gemacht. Und bei mir wird das immer noch angezeigt. Wahrscheinlich, weil wir das noch machen müssen. Wo? Warte, wo ist denn jetzt da? Oder? Ja. Ja, hier. Das ist ein zweiter Safe, Leute. Aber ich kriege ich auch nicht. Hier? Bei welchen? Am linken oder rechten? Ist doch scheißegal, ey. Am linken wahrscheinlich. Freiwillige hier anmelden. So, Herausforderung abgeschlossen. Sehr gut. Alter, wie lange dieses Holotape geht. Ich höre die Frau die ganze Zeit schon quatschen. Okay, das ist abgeschlossen. Ich höre euch schon wieder schießen, Männer. Der sagt mir immer noch hier hin. Ähm. Alter, mir sagt der das auch, wenn ich jetzt da wieder hingucke. Was ist das? Ah. Was? Ja, jetzt ist das schon wieder hier. Keisha McDermott. Ja, das habe ich auch. So. Oh, kranker Sponder, Berufsforscherin, Spazialität, Müll, Hydrologie, Pädagogik. So. Aufenthaltsort Flatwoods River. Unterkunft. Witte Church Road. Aber in die Kanzelrohs-Helps kann? Nee. Ist das jetzt richtig? Wir haben uns jetzt nochmal Infos über die geholt hier am Computer? Die soll jetzt an der Church sein. Such am... Church. Hier ist das Wort im System, optional. Was? Ja, gut, das ist optional. Du kannst die auch so finden. Genau, das machst du da drin? An dem linken Terminal? Ist vielleicht quasi egal, welche Seite. Da musst du ihren Namen raussuchen. Alter, dieses Holotape geht einfach unendlich lange. Und ich glaube, man kriegt die Quest unterschiedlich durch die Zettel, die man einfach einsammelt. Ah, genau. Das steht doch hier im Fluss. Wenn ihr einen Zettel nehmt, habt ihr wahrscheinlich eine andere Quest als ich. Okay, das Weg ist, glaube ich, stark. Nee, Fluchtreflex. Und... Sinnlos, Dings, aber ich habe einfach... Boah, okay. Egal, ja. Jetzt sag ich mit 47 Metern die Richtung irgendwas an. Was heißt die Richtung? Wo ist das? Ja, bei mir sind 50 Meter, aber südlich. Südlich, leicht östlich, aber... Warte, was? Oh, gar nicht schlecht, so viele Köpfe zu haben. Ja, Headshot, ne? Ich habe schon wieder überlastet. Doppelte Headshot. Ja. Was hier? Da im Norden, ne? Hast du ja gesagt. Ja, genau. Das ist doch hier am Fluss. Da muss doch schon die Olle hier sein. Was ist hier? Was ist hier? Wir haben die Olle. Wir haben die Olle. Wassertestkit. Alter, ich habe einen Sanitäteranzug. Ist das nice. Warum finden das alle? Wenn du die ganzen Anzüge findest, ne? Ich habe noch keinen Hut nach nichts gefunden. Warte mal. Das war zu schnell. Irgendwas mit, äh, stelle dich an einem Brunnen und drücke R oder wat? Ich würde da gerne was auswählen von der Bar. Also eins konnte ich nehmen. Ah, das. Okay, meins ist das mit dem Quadrat dahinter. Die anderen sind verschlossen. Ich kann ja gar nichts davon nehmen. Teste eine Wasserprobe aus dem Wasserpumpen von Flatwood. Ja, mache ich auch. Und das ist eigentlich direkt das hier, ne? Das hier. Aber wie macht man das? Da stand irgendwas mit R. Wo ist mir doch der Mann? Es bedarf dem Mann an Unterstützung. Ja, mitten durchs radioaktive Wasser. Keine Angst, das Genie kommt hier schon. Angelaufen. Ich sehe hier zwar gar nichts, aber ich laufe ja auch mit rum. Völlig übertrieben. Ich habe auch so viel Zeug einfach nur, ne? Ich auch. Na, hier geht's rein. So. Hier ist ja angeblich immer noch das Wassersammeln. Schmutziges Wasser hinzugefügt. Teste eine Wasserprobe aus dem Wasserpumpen von Flatwood. Steigt jetzt noch die Radioaktivität? Ich hoffe nicht. So. Hilfsmittel. Ja, wie überprüfe ich das denn? Diverses. H-Klammer. Fängt jetzt einfach. Wassertestkit. Was? Wassertestkit. Ja, das haben wir ja da aufgesammelt aus der Ollen. Wo ist das jetzt? Wo findest du das? Äh, unter Diverses bei Gegenstände. Unter Diverses? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es in die Hand nehme. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Was soll das denn dann? Warte, ich werde hier Wasser einfach nur sammeln. Ja. Das mach ich ja. Feste Wasserprobe, Wasser ist kontaminiert. Ach. Wie? Was? Ich geh, ich hab, ich hab das Ding im Inventar, bin an den Teich gegangen und anstatt trinken hab ich auch sammeln gedrückt. Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit, Alter. Weiß ich nicht. Das ist doch, was ich dir sagen kann. Schmutziges Wasser hinzugefügt. Fertig, raus. So. Ich teste eine Wasserprobe. So, hab ich's gemacht. Also, Wasser hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwärts zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, aber bei mir benutzt er das Wassertestkid nicht. Nein, ich bin Cashelman-Durman. Okay, gut. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation des Wissenschaftsfest für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Sie musste, ja. So tollwütige Überlebende abwehren. Boah, kann man die Solo-Band doch irgendwie abwürgen? Ja, habe ich auf ein anderes einfach gefliegt. Oh, jetzt auch mal ran away hier. Ähm. So. Leute, ich würde mal kurz zur Toilette steppen. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. So, ein paar Sachen haben wir ja schon, ne? Diese Karten. So, was für Karten haben wir? Bis, äh, aufleveln. Ach so, ja. Äh, Benni, hast du was jetzt hingekriegt mit dem Wasser? Irgendwo eine andere Stelle war mit Benni. Genau, bei mir zeigte er mir das woanders an. Und zwar von hier aus jetzt südlich den Fluss entlang. Wenn ich die Map aufmache, lässt du Wasserproben aus den Wasserpumpen von Flatwoods. Jetzt ist bei mir aber der Stern hier weg auf dem kleinen Kompass. Hatte die einen Stern? Ich geh einfach mal hin. Problem ist, es gibt einfach viel zu viel zu looten hier. Ja. Oh, die Zelte. Wie nice sind denn die Zelte, bitte? Oh, warte mal. Ich verhunger und verdurste? Das merke ich gar nicht. Leute, der Officer-Zombie hat kühlflüssigkeit. Oh, bitte. Trinken Sie dieses Wasser. Sehr gut. Brahim-Fleisch. Kann ich das so essen? Blamco, komm her. Also, mein Symbol, dass ich testen soll, ist auch noch hier, wo die Leiche liegt. Das ist ganz schön crazy. Oh. Steht wieder auf. Ein schwacher Wilde. Wow. Ich lasse Flatroots nehmen. Was? Kissen nehmen? Na klar, ein Kissen. Ich hab mich einfach ins Wasser reingestellt und dann mehr gedrückt für Wasser nehmen. Ja, Alter. Das hab ich die ganze Zeit da schon gemacht. Das hab ich auch gemacht. Es brachte null. Leute. Leute, ich nehme alles zurückspielen, das ist Polizei. Alter. Boah. Großes Trinkglas. Ich finde... Einfach nur neidisch. Ein Sack. Hier ist ein Sack. Super. Fui, Sack. Ja, hier ist er dort. Warte mal, ich hab jetzt gerade noch so ein Symbol. Bin ich überladen? Ja, dieser... diese Handtasche mit den... Ja. Einwandstraße. Scheiße, ich weiß noch gar nicht... Also ich hab jetzt hier der Wasserpumpe geholt. Ja genau, da muss ich auch hin. Das zeigt er mir nämlich genau an. Wo? Da will ich als erstes hin, bevor ich... jetzt gleich Sachen abwerf. Sammeln. Okay. Ja, Wasserpumpe bekommen. Ich muss wieder ins Labor und muss das doch noch prüfen. Alt. Den Außenmeister an. Ja, natürlich. Wir steigen da aus der Vault und machen erst mal hier Bereinigung der Oberwelt. Okay, ja. Wir wollen einen Plan davon haben. Mit Medic. Der Paramedic. Hey, wenn Officer auf Psycho-Mangel Diverses... Hilfsmittel... Wo taucht denn Quatsch auf? Also sowas wie, äh... Töpfe und sowas. Wo tauchen die denn auf? Unter welchen... Diverses? Diverses würde ich sagen, ja. Aber Diverses habe ich nur... wenig. Vier Sachen. Dann unter Gegenstände. Das sehe ich hier gar nicht. Ich wollte generell sowieso mal in Ordnung. Das heißt ja nur Gegenstand. Und Gegenstand hat dann ja diese Unterpunkte. Und glaubt mir keiner. Ich weiß nicht. Waffen? Ich kann doch nicht jetzt nicht jeden Schraubenschlüssel hier mitnehmen, ey. Alter. Der steht einfach zwischen euch. Der wollte nicht dazu, ja. Ich dachte, das wäre der Ferdi. Schrott. Oh, da ist es Schrott. Boah. So, ich war hier noch nicht fertig. Ich schmeiß die Sachen weg, meine Herren. R ablegen. Bin so überlastet. Ja, ich auch, ey. Dann geht die ausdauernd auch so mega schnell hoch. Weiß gar nicht, wohin damit. Oh, der ist. Sie geht auch so mega schnell weg. Aber wenn du um die Rampen mal gehst. Boah, da ist ein... Alter, da ist ein Beutel voller Stift. Fuck, diese dumme Schöpf-Kerl-O-Wack. So, ich habe jetzt hier noch drei Punkte in der Nähe, wo wir sind. Den Sendeturm, lade das Holobahn zur Anforderung nach Vorräten hoch, dann hier Berge Gegenstände aus Landwirtschaftlicher Volt und analysiere die Ergebnisse des Wassertest-Kits im Labor. Ich habe zwei Durchsuche-Landwirtschaftliche Volt, ja. Check. Und eins nach dem anderen Testergebnisse. Check. Analyseere die Testergebnisse eines am anderen, sonstiges Durchsuche-Landwirtschaftliche Volt. Da muss ich gleich noch das Holobahn hochladen. Eine goldene Gabe. Von Abel. Quest begonnen. Vorrähen, staatlichen Erdnobahn. Ja, das sind einfach die Zettel, die man auch zwischendurch lootet. Die geben dann einfach... ...ne Quest. Bauplan, Radar-Rüstung mit Taschen. Wunderbar. Ich darf hier einfach gar nicht mehr so viel mitnehmen. Ne, ist krank, ne? Ja. Es ist auch einfach viel zu viel hier. Boah, Betonziegel. So ein Nachtgottes. Warum muss ich die eigentlich mitnehmen? Jawohl, schlaf gut mal. Ciao, ciao. Ciao. Hier ist Musik. Ach, hier waren wir schon. So, du gehst da hin, die Testberichte hochladen, oder was? Ja. Ah, dafür ist auch dieses Test... Ich brauche mal irgendwo Sachen verwurzeln, ganz... Wir brauchen erstmal irgendwann eine fette Base, wo wir alles dann reinschmeißen. Ja. Wasserprobe analysieren. Wir können ja theoretisch einfach irgendwo eine hinbauen. Die verschwindet ja dann auch wieder. Jo. Wassertyp schmutzig. So, warte mal. Stern, Stern. Hier ist der Stern. Was sagt er mir? Hä? Ich soll an eine Kochstation. Ja, ich auch. Warum? Ja, das teste ich jetzt am Kochtopf. Hat sich das jetzt automatisch aktualisiert? Weiß ich nicht. Ja, Wasser abkochen, das ist die nächste Aufgabe. Ja, habe ich nämlich auch, weil ich hier gerade das Zeug analysiert habe. Dann sind das Gruppenquests. Deswegen kann der eine das nicht am Fluss sammeln und der andere dafür das da oben. Also soll ich jetzt abgekochtes Wasser machen? Sehe ich das richtig? Ja. Ist ja nicht so, weil ich schon 20.000 Euro habe ich davon gemacht. Ja. Nein, das muss jetzt nochmal offiziell gemacht werden. Aber bei mir steht... Weil es auf dem Zettel steht. Erstens, ich habe den Stern wie immer noch. Zweitens steht trotzdem bei mir, analysiere die Ergebnisse im Testlabor. Alter. Ich kriege die Krise. Kriege ich gerade auch. Ich gehe auch mal 40 Meter in die... ...in die Richtung und gucke mal, ob das... ...so gut ist. So, was möchtest du noch hier von mir? Was möchtest du? Was? Wieso ist das Fernlass eine Waffe? Schaden 6, Feuerrate 1, Reichweite 117 Meter, Präzision 18. Feuerrate 1 finde ich geil. Gut, gut. Nutze das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser abzukochen. Ja, jetzt darf ich nochmal zurück. Und habe wahrscheinlich gar kein schmutziges Wasser mehr. Das wäre nämlich noch die tollste Überraschung jetzt. Dann wäre ich so richtig... Richtig, also richtig... Also glücklich wäre ich so richtig. So, doch ein abgekochtes Wasser. Sehr schön. So, abgekocht. Und reagiert er darauf? Ja, es ändert sich. Es ändert sich. Abbrechen. Ich will gucken, kann ich Essen machen? Anfertigen. Kaninchen schmissen. Und Fleischhaufen, lecker. Wie viel Holz habe ich denn noch? Okay, ich habe noch ein bisschen. Sieht geil, deine Holzrüstung, ey. Heim-Reward. Kostenloser Kochunterricht. Lesen Sie wahrscheinlich auch wieder direkt eine Quest, die da liegt. Nutze das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser abzukochen. Okay, das habe ich anscheinend erledigt. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Obwohl, ich habe da immer noch jetzt einen Stern. Und jetzt melde dich beim Selbstbedienungs-Kiosk. Hat er da noch Wasser für mich? Schmutziges Wasser? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt auch zwei, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber... Habe ich. Aber ich habe es ja auch noch... Nee, jetzt ist es weg. Melde dich beim Selbstbedienungs-Kiosk. Wie ist es bei dir, Ferdi? Warte mal. Schmutziges Wasser, ne? Ja, einfach so schmutziges... Einmal schmutziges Wasser. Bitte. Bitte. Kommt, Leute. Bitte. Komm. Das darf doch wohl... Bitte. Und? Leute. Irgendwas zu sehen? Achso, preisfest. Schreibt ihn hier. Was ist das? Warum bin ich schon wieder hier? Ich mache nochmal Null dort. Ja, ist ja. Guck mal. Müsstest du bei mir drüben sehen als Nullpreiser. Irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Jetzt kannst du einfach jetzt kaufen bei mir. Wenn das so ist. Umständlich. Ja, bitteschön. Danke dir. Trotzdem habe ich fünf Kronkorten gekriegt. Was? Gut. Leute, ich habe eine Geschäftsidee. Wo ist dein Kiosk jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwas ist weit... Was ist denn diese Kirche? Nee, das ist hier. Oh. Wo Benni ist. Warte mal. Was? Wo Benni ist? Boah. Da irgendwo. Ich verdurste jetzt gleich schon wieder. Das ist ja... Oh, oh, oh. Da ist ein Gegner. Hallöchen. Was ist das? Was haben wir hier? Ach, naja. Kommt. Hier ist die Kirche. Ah, finde Delbert Winters in Flatwoods. Warte mal. Ihr seid doch jetzt gerade gar nicht in der Kirche. Nee, ich auch nicht. Alter, ich laufe quasi um euch rum. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Boah, ich kotze gleich. In der Kirche ist... Ach, das... Das ist der Selbstbedienungskiosk hier gewesen. Ja. Aber ich bin da jetzt gerade drangegangen. Da stand... Ach, doch. Da muss das Einheit der Gruppe richtig machen. Es hat sich geändert bei mir. Ja. Dupe nach Delbert Winters in seinem Zuhause. So, Notizen will ich nicht. Hallo, ich will Hilfsmittel. Ich will Essen. Brahim-Fleisch. Einmal Wasser, bitte. Abgekochtes Wasser ist auch gut. Ah, ich kann jetzt mein erstes Skill teilen. Wann teilen? Ja. Was wollt ihr? Mehr EP oder... Mehr Schadensreduktion? Boah. Mehr EP ist eigentlich immer nice, ne? Was sagt ihr? Mehr EP oder Schadensreduktion? Ansonsten wollen. Ähm... Ja, mehr EP. Komm. Dann schließe ich mich dann einfach mal an. Wie komme ich dahin? Als ich heute Morgen erwachte, hat mir... Hat mir das die Augen geöffnet. Was ist das denn für ein Spruch? Alter, das ist frech. Entschuldigung, ich bin hier gerade am gucken. Boah, ist das frech? Hat es mir die Augen ge... So, wo waren wir jetzt? Wie kommt ihr denn da hin zu diesem Punkte verteilen? Ähm, Tab und dann T. Genau. Aha. Wo ist dieser Selbstbedienungs-Kiosk? Hier drin. Du hast ein uneröffnetes Skill-Paket, ja. Das sind diese beiden... Genau. Genau, klar. Boah. Wie kann ich jetzt hin und her gehen? Hallo. Wie nennt man das beste Schwein an der Schauspielschule? Eine Rampensau. Warum kann ich... Ähm... Aha, okay. Dein Einhand-Nahkampf-Wache... Okay, nee. Champs, darunter Stimpaks, wiegen 30% weniger. Äh, nee. Was ist... Jeder Watzangriff... Watz... Jeder Watzangriff. Jeder Angriff mit der allgemeinen Zeitung. Jeder Watzangriff. Das ist für dich richtig. Aber ich check jetzt nicht ganz genau, wie das funktioniert. Wenn ich hier dieses Skill-Menü aufwache... Ach, meine Skills. Ich sehe zum Beispiel, was gerade aktiv ist. Nee, sehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Was? Space auswählen. Wenn deine Gesundheit benutzt, du einmal 20 Sekunden automatisch spielst du alle. Okay, Aktionspunkte. Was ausgewählt ist, ist obendrin. Du kannst immer nur pro, ähm... Stat, den du hast, eine Karte reinlegen. Oder je nachdem, was draufsteht. Ach, Alter, ich hab überhaupt keine... Hast du bei Charisma schon zwei drin? Ich auch. Ich hab auch zwei dahinter. Ah, wahrscheinlich, weil das Charisma für die Gruppe ist. Ich sehe wahrscheinlich eure Karten da drin liegen. Ähm, hast du die EP-Karte von mir vielleicht da drin? Ja. Ja, die hab ich nämlich geteilt. Vielleicht ist der sogar markiert. Also ich hab zum Beispiel bei Perception hab ich einen Brecher und konzentriertes Feuer. Toll, Skillwählen. Alter, das Fernglas ist mega. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich... Oh, ich bin schon wieder zurückgegangen, ey. Und das Fernglas kann jetzt schießen oder was? Kann wahrscheinlich damit zuhauen. Das ist damit gemeint. Ja, zuhauen kann ich damit. Aber ich kann damit natürlich auch rechtsklicken. Komm, komm, komm. Und zwar, das ist gar nicht mal so kacke. Also ich probier jetzt das einfach mal. Ich will's einfach mal. Ich will's fertig. Annehmen, ja. Ja, ist okay. Annehmen. Endlich mal. Erste Hilfe. Okay, annehmen. Und kann ich jetzt noch was? Perks sharing könnt ihr, sobald ihr drei Charisma... Pro drei Charisma... ...ähm... ...eine Stufe von einem Perk. Boah, ich check's grad noch gar nicht, Alter. Nee, ich auch nicht. Also ich hab zum Beispiel drei Charisma, deswegen kann ich jetzt... ...irgendeinen Perk, den ich ausgerüstet hab, mit euch teilen. Okay. Alter. Komme ich denn jetzt... ...Gillwählen? Hacker, Stimpaks, Schlemmung zu mehr... ...Prozent, Agility, Waffenläufer. Deine Spr... ...Beim Sprinten wird um 10% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast. Luck. Oh, okay. Kann ich das noch nehmen? Soll ich's annehmen? Our future begins. Oh, okay. Vielen Dank.